Versagt die Geschichte, die ich geschrieben habe? Versagt sie bei meinen Lesern? Oder tut sie was mit ihnen? So lautet die Grundfrage Stephen Kings. Das Wort tun ist hier wichtig, denn ums Handeln, ums Tun, um die Wirkung geht es Stephen King. Wir glauben immer, es geschehe etwas mit uns, obwohl wir wissen müssen, dass wir unentwegt etwas geschehen lassen. Dass wir unentwegt in Aktivitäten begriffen sind. Uns stößt etwas zu? Sicherlich, aber ebenso sorgen wir dafür, dass dauernd anderen etwas zustößt. Durch uns. Nur sind wir uns dessen zu selten, gefährlich selten bewusst. Leben und Erzählen bedeuten also die Präsenz und Autorität eines Erzählers. In diesem Fall Stephen Kings, der nichts passiv hinnimmt und diese Hinnahme schildert. Wenn ein Buch mit dem Satz beginnt, die nächtlichen Städte im winterlichen Main waren voll der Trübsal und ließen alle schlecht schlafen, so mag das eine Richtigkeit haben. Doch was soll's? So it goes. Jeder schläft mal schlecht. Nicht nur im Winter in Main. Stephen King hingegen agiert. Er tut wie seine Figuren, die Konflikte schaffen. Und erst aus Konflikten entstehen Handlungen, Story, Plot. Dieser handwerkliche Aspekt legt von großer Menschenkenntniszeugnis ab. Und dieser handwerkliche Aspekt des Stephen King bei Begegnungen mit Leuten auf Partys, wenn sie ihm verschwörerisch zuraunten, wissen Sie, Steve, ich wollte ja auch schon immer schreiben. Oft erwiedern lassen, ja, wissen Sie, ich wollte ja auch schon immer Gehirnchirurg werden. Man wird Chirurg, indem man operiert. Man lernt Schreiben, indem man schreibt. Eine zwanghafte Sorgfalt entwickelt dabei. Eine Sprachunersättlichkeit. Indem man immer wieder auf der Suche ist nach Einfällen und sich dafür am meisten im eigenen Alltag umzusehen braucht. Etwas gar nicht so Außergewöhnliches erlebt. Sich dann aber fragt, was wäre, wenn dies oder jenes geschehen wäre. Im ersten Teil von The Children of the Corn, etwa die Eheschwierigkeiten zwischen Burt und Vicki Robson in ihrem Ford Thunderbird und ihr Unbehagen darüber, sich in Nebraska verfahren zu haben. Man lernt Schreiben, indem man so viel liest, wie man schreibt. Manchmal mit zermalmendem Neid, manchmal aber auch mit etwas Verachtung. Laut Stephen King Verachtung für Autorinnen und Autoren, die hier ungenügend hinter langen Worten, deutschen Satzstrukturen, aufdringlichen Symbolen verbergen. Und die keinen Sinn besitzen für Story, Plotting, Pace, also Tempo. Und für Charaktere. Man muss mit sich selber irgendwann so gut vertraut sein, dass man in den anderen einen Teil seiner selbst wiedererkennt. Schlechte Arbeit kommt für Stephen King daher, dass manche Autorinnen und Autoren schlichtweg ignorieren, was Menschen wirklich sind und wirklich tun. Man muss sogar die Tatsache anerkennen, so Stephen King, dass ein Killer eine liebe alte Dame sicher über den Zeberstreifen führt. Aber dies ist Stephen King beileibe noch nicht genug. So sagt in der Kurzgeschichte Achterbahnfahrt, English Riding the Bullet, der Erzähler zu Beginn, er habe diese seine Geschichte noch nie erzählt, weil sie zu erzählen, sie zu einer bloßen Gruselgeschichte herabsetzen könnte, die im Feriencamp erzählt wird, bevor man das Licht ausknipst. Zwei oder mehr Verfilmungen haben die Qualität und Hintergründigkeit dieser und anderer Geschichten Stephen Kings aber leider zu einer Feriencamp-Plattitüde wie aus dem Versandkatalog entstellt. Selbstverständlich wird die Geschichte Achterbahnfahrt selbst dann eben gerade deshalb zu keiner simplen Gruselgeschichte, auch wenn ihr Innenmobiliar, ihr Inventar einer Gruselgeschichte entsprungen sein könnten. Sie sind bloßer Vorwand, Staffage. Andernfalls wäre, sagt Stephen King, sein Werk reines Spiel und er hasst literarische Spielerei. Denn immer, wie Doris Lessing einmal erklärte, sind es Geschichten und gerade, wie Doris Lessing fand, die angeblich fantastischen Geschichten, die uns wieder erschaffen, wenn wir zerrissen, wenn wir verwundet, wenn wir vernichtet sind. An diesem Punkt wird für Doris Lessing wie für Stephen King literarische Spielerei zu einer überflüssigen Qual. Für Stephen King bestehen Motivierung und Thema aller Literatur in zweierlei. Da wäre erstens die Goethe. Ein Teil von uns bleibt eisam, immer unschuldig. Die Güte ist mehr wert als alles sonst. Die Güte und im Gegenzug das schlechte Gewissen werden von der hochakademischen Welt endlos zergliedert, zermachtert und zur Jagd freigegeben. Es gibt sie dennoch. Internetkampagnen für Menschenrechte sind wichtig, sind unhintergebar essentiell. Für den jeweils anderen kein Scheu sei zu sein, ist es allerdings auch. Wir leiden, wir müssen aber auf dem Weg unseres Leidens nicht andere auch noch dafür leiden lassen. Leser, schrieb Stephen King einmal, ich glaube, dass die meisten Menschen im Grunde nette Leute sind. Aber lieber Leser, bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher. Zweitens, Motivierung und Thema aller Literatur bestehen für Stephen King in unser aller Bedürfnis, mit dem Mysterium des Sterbens und des Todes fertig zu werden, das sich einzig und allein mit Hilfe der Fantasie ergründen lässt. Auch an diesem empfindlichsten aller Punkte agiert Stephen King. Er will, sagen wir es nochmal, das Mysterium ergründen. Er will fertig werden damit. Ich bin, so Stephen King, der Ansicht, dass alle Furcht lediglich dem Begreifen unseres unerwendbaren Todes dient. Wie sieht der Tode aus, fragt er nach. Und ja, es ist die Gestalt eines Menschen unter einem Tuch, reglos und stumm. Es ist unser Körper in einer Leichenhalle. Und die große Anziehungskraft der unheimlichen Fantastik war zu allen Zeiten, dass sie uns als Probeaufführung unseres eigenen Todes dient. Dass Stephen Kings Kurzgeschichten beinahe ebenso erfolgreich sind wie seine Romane, obwohl die Garton Kurzgeschichte eine bedrohte Kunstform darstellt, hat damit zu tun, dass ihm immer wieder Suppenwürfelideen einfallen, aus denen er keine Romane komponieren, über die er aber an die 15.000 Wörter schreiben kann. Dabei gibt er zu, dass er im Gegensatz zu John Irving oder Edgar Allan Poe selten weiß, wie die Geschichte endet. Gut so. Die meisten von uns wissen ja auch nicht, wie enden wird, was jetzt gleich mal folgt. Es ist längst ein Klischee und Schwachsinn obendrein, dass ein derart erfolgreicher Autor unablässig an Absatzzahlen denkt. Stephen King folgt einer Besessenheit, einer Obsession, der auch dann treu geblieben wäre, wenn er für seine Schreibmühen keinen Dollar kassiert hätte. Aber er gab sich eben, dass sich seine Obsession auch vermarkten ließ. Oft und gern wendet er gegen sich selber ein, seine Sachen seien nicht derart subtil wie diejenigen von Poe, Nathaniel Hawthorne oder Henry James. Dabei geht er die existenziellen Fragen nur direkter an und dabei immer aufs Ganze. Bei ihm gilt es, auf die Details in jedem Satz zu achten, den er schreibt. Wie bei Poe, Hawthorne, Henry James. Auch sie wollten, wie Stephen King, dass sich was tut in uns. In den USA ist Stephen King selbst bei solchen Hochanspruchskolleginnen und Kollegen wie Rachel Kushner, Michael Chabon oder Stuart O'Neill längst anerkannt. Bei uns im deutschsprachigen Raum tut er sich damit schwerer. Und dies liegt gewiss auch, aber nicht nur, an den Übersetzungen. Denn gerade Stephen King zu übersetzen ist nicht einfach. Nehmen wir rasch ein Beispiel. Wenn in Children of the Corn die männliche Hauptfigur Bert Robson über seine Reise mit seiner Frau Vicky denkt, actually this trip was a last ditch attempt to patch up our marriage, dann lässt sich das so übersetzen. Eigentlich war diese Reise ein letzter verzweifelter Versuch, unsere Ehe zusammenzuflicken. Nur, dass in der Wendung last ditch auch Berts Perspektive aus dem Vietnamkrieg mitschwingt. Denn ditch bedeutet auch Graben und Bollwerken, um einen Feind aufzuhalten. Oder wenn Bert und Vicky in einer makabren Szene auf der Straße stehen am Mittag at noon, die Sonne über ihnen steht und Stephen King von einer Noonstruck Road spricht und dabei auf Moonstruck, mondsüchtig anspielt. Und damit auf die Nostalgie, die Bert und Vicky erfasst, wenn sie in dieser Szene an die vielleicht glückliche Zeit ihrer Ehe denken. Die einzigen Fragen also, die sich Stephen King am Schluss zu seiner eigenen Existenzberechtigung stellt, sind die folgenden. Wie macht sich diese oder jene Geschichte im Herzen der Leser? Ist sie dort ein Erfolg? Bringt sie bis zu den Nervenenden durch? Er will das Ideal aller Kunste erreichen, nämlich, dass die Geschichte von der Buchseite in die Realität des Lesers überspringt. Das Beste ist für ihn immer vorwärts treibend und gleicht fast einem täglichen Angriff. Und, ganz wichtig, am Ende sollten Leserinnen und Leser das Gefühl haben, dass sie überhaupt nicht lesen, während sie lesen. Sie sollen nicht denken, während sie lesen. Nachdenken sollen sie hinterher. So zumindest der Glaubenssatz Stephen Kings. Nun kann man sich, nun könnte ich mich, immer weiter und weiter über Stephen Kings Theorie auslassen, die spitzfindig erörtern an allen möglichen Details. Also, ich könnte auch noch sagen, dass es Stephen King in seinen vielen Vorworten und Nachworten und in seiner Vortragsreihe, Dance Macabre, besser gelingt, als den meisten, das Wesen von Literatur und Existenz auf den Punkt zu bringen, nämlich unumwunden, hart und tröstlich. Ich könnte für das nun kommende, oder nun drohen, auf andere Autoren und Traditionen, wie auf William Goldings, Lord of the Flies, der Herr der Fliegen, auf The Wicker Man von Robin Hardy, verweisen natürlich auf die Lotterie, Charlie Jacksons. Dies würde aber uns allen hier nur den Spaß und den Ernst verderben. Die einfachste Art und Weise ist Stephen King zu veranschaulichen, mehr noch aber die Freude an ihm ist es, ihn selber sprechen, ihn selber erzählen zu lassen. Kopfhörer also rein ins Smartphone oder hier einfach zuhören und zuschauen und sitzt ihr in einem Auto, dann schnallt euch besser an. Nehmen wir mal die Geschichte her, Children of the Corn, Kinder des Mais, die ich eigens für euch teils redigiert, teils neu übersetzt habe, auch des Erzählflusses, des Hörgenusses wegen. Achtet vielleicht, wenn ihr Freude daran habt, auf den kleinen, kaum merklichen Umschlagspunkt in der Erzählung, auf Byrds verhängnisvolle Entscheidung, die Stephen King genau in die Mitte der Geschichte platziert, mit einem Nebensatz. And somehow it felt all wrong, but all right. Und irgendwie fühlt es sich alles falsch, aber richtig an. Ergötzen wir uns nun, wie es bei Vladimir Nabokov heißt, an diesem Dorren und Kornfeldgestrüpp. Lesen und hören wir mit dem Rückenmark, der Wirbelsäule, und nur eines noch. Stephen King und ich wünschen euch allen einen weiter in jeder Hinsicht fiebrigen Sommer. Verirrt euch bloß nicht in tiefen Wäldern, im Alltagsgezänk und endlosem mannshohen Maisfeld-Gewoge und böse esoterischen Sektenidiotin. Byrd drehte das Radio auf, zu laut und nicht runter, weil sie wieder am Rande eines weiteren Streits waren und erkennen wollte, das durfte auf keinen Fall passieren. Vicky sagte irgendwas. Was, schrie er? Mach leiser, wissen wir das Trommelfelser-Trümmern? Er unterdrückte mühsam, was ihm auf der Zunge lag, und drehte das Radio leiser. Vicky fächerte sich mit ihrem Halsstuch frische Luft zu, obwohl der T-Bird über eine Klimaanlage verfügte. Wo sind wir überhaupt? Nebraska, sie sahen kalt und gleichgültig an. Natürlich, Bird, ich weiß, dass wir Nebraska sind, Bird. Aber wo zur Hölle sind wir genau jetzt? Du hast die Straßengeheide, sieh nach, oder kannst du nicht lesen? Ach, dein Humor. Darum haben wir die Schnellstraße verlassen, damit wir unseren 300 Meilen Mais erfreuen können und am Witz und der Weisheit unseres Robert Robson. Er umklammerte das Lenkrad so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Denn wenn er seinen Griff lockerte, würden sich eine seiner beiden Hände einfach selbstständig machen und der Ex-Prom-Schönheitskönigin neben ihm aufs Maul schlagen. Wir sind hier, um unsere Ehe zu retten, dachte er. Yep. Und sind dabei so erfolgreich. wie wir damals im Krieg Dörfer retten wollten. Vicky, sagt er vorsichtig, seit wir aus Boston losgefahren sind, bin ich 1500 Meilen auf der Schnellstraße geblieben. Ich habe die ganze Zeit allein hinter dem Steuer gesessen, weil du dich weigerst zu fahren. Und dann, ich habe mich nicht geweigert, sagte er, wie gehitzig. Aber ich kriege Migräne vom langen Fahren. Dann habe ich dich gebeten, mich mit der Karte über die Landstraße zu lotsen. Du hast gesagt, sicher, Bert. Genau das waren deine Worte. Sicher, Bert. Und dann, manchmal frage ich mich, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass ich dich geheiratet habe. Indem du zwei kleine Wörter gesagt hast. I do. Sie starrte ihn einen Augenblick an, mit weißen Lippen, ehe sie Karte wieder zur Hand nahm und blätterte heftig darin. Es war ein Fehler gewesen, die Schnellstraße zu verlassen, dachte Bert verdrießlich. Eine Schande war es auch, weil sie dieser Zeit wenigstens versucht hatten, sich gegenseitig fast wie menschliche Wesen zu behandeln. Vor eine Weile hat es sogar so ausgesehen, als ob diese Fahrt zur Küste angeblich und Vickys Bruder und seine Frau zu besuchen, aber Wahrheit, ein letzter verzweifelter Versuch, ihre Ehre zusammenzuflicken, ihren Zweck erfüllen würde. Aber seit sie die Schnellstraße verlassen hatten, war es wieder schlecht gelaufen. Wie schlecht? Schrecklich. Wir haben die Schnellstraße bei Hamburg verlassen, nicht? Richtig. Da kommt nichts mehr bis Gatlin, sagte sie. 20 Meilen, die einzige Ortschaft weit und breit. Was meinst du? Können wir anhalten und eine Kleinigkeit essen? Oder sag dir dein allmächtiger Stundenplan, dass wir bis zwei Uhr nachts durchfahren müssen, wie gestern. Er nahm den Blick von der Straße und sah sie an. Allmählich reicht es mir, Vicky. Von mir aus können wir auf der Stelle umdrehen und nach Hause fahren und zu deinem Anwalt, mit dem du reden wolltest. Denn das hier funktioniert überhaupt nicht. Sie hatte stark gerade ausgesehen, aber plötzlich wandelte sich der Ausdruck auf ihren Zügen zuerst in Überraschung und einen Furcht. Bird, sieh nach vorne, du, er blickte gerade noch rechtzeitig nach vorne, um irgendetwas unter der Stoßstange des T-Bird verschwinden zu sehen. Ein Moment später, noch bevor er vom Gas auf die Bremse gehen konnte, fühlte er einen dumpfen, übelkaterregenden Schlag. Zuerst unter den Vorder-, dann unter den Hinterrädern. Sie wurden nach vorne geschleudert, als der Wagen über der Mittellinie bremste und von 50 auf 0 zu stehen kam. Sagen wir, dass es ein Hund war, Vicky. Ihr Gesicht war blass, die Farbe von Hüttenkäse. Ein Junge, kleiner Junge. Er kam gerade aus dem Feld gelaufen. Herzlichen Glückwunsch, Tiger. Sie fingerte die Tür auf, lehnte sich hinaus, erbrach sich. Bird sah es aufrecht hinter dem Lenkrad des T-Bird, die Hände noch immer locker daran geklammert. Er spürte nichts mehr aus dem kräftigen, dunklen Geruch von Kunstdünger. Dann bemerkte er, dass Vicky fort war und als er in den Außenspiegel schaute, sah er sie tollpatschig für das Zustolpern, dass wie ein Bündel Lumpen auf der Straße lag. Sie war für gewöhnlich eine graziöse Frau, aber von einem Moment zum anderen war ihr Grazie weg. Ihr geraubt worden. Veranäßige Tötung. So werden sie es nennen. Ich habe nicht auf die Straße geachtet. Er stellte die Zündung ab und stieg aus. Der Wind rauschte sanft, auf den Mannsfrohen Meisen erzeugte ein seltsames Geräusch, wie leises Atmen. Vicky stand jetzt über dem Lumpenbündel und er konnte sich schluchzen hören. Er war auf dem halben Weg zwischen ihr und dem Wagen, als irgendetwas zur Linken. ein greller roter Spritzer inmitten all dem Grün, so glänzend blank wie eine Scheunenfarbe, seine Aufmerksamkeit erregte. Er blieb stehen und blickte direkt in den Mais. Er dachte daran, irgendwas, egal was, nur damit es von diesem Lumpenbündel ablenkte, dass kein Lumpenbündel war, dass es eine wunderbare Ernte werden würde. Der Mais wuchs in dichten, überreifen Reihen. Man konnte in diese wogenden, schattigen Reihen tauchen und einen ganzen Tag lang nach dem Ausweg suchen. Aber hier war die wogende Wand doch gebrochen. Und was war dort weiter hinten, in den Schatten? Bert, Bert, schrie Vicky, willst du nicht herkommen und dir ansehen, was du erlegt hast? Du kannst deinen Puckerfreunden zu Hause dann davon erzählen. Willst du nicht der Rest des Satzes ging in einem Schluchzen unter. Ihr Schatten lag um ihre Füße wie ein dunkler See. Es war fast Mittag. Über ihm schloss sich ein Schatten, als in das Feld trat. Die rote Scheunenfarbe war Blut. Da war ein sanftes, schläfriges Summen, als Fliegen sich erhoben, kurz kreisten und zerschwanden. Da war noch mehr Blut. Auf den Blättern drinnen. Aber er konnte es so weit gespritzt sein? Und dann stand er vor dem Ding, das er von der Straße aus gesehen hatte. Er nahm es auf. Die säuberlichen Reihen waren an dieser Stelle zerstört. Eine Anzahl von Heimen war aber betrunken, zur Seite geneigt. Zwei andere glatt abgebrochen. Der Boden war zerwühlt. Der Mais raschelte. Mit einem kleinen Schaudern ging er zur Straße zurück. Vicky war hysterisch, schrie ihn unverständliche Worte zu, weinte, lachte. Werde ahnen können, dass es so melodramatisch enden würde. Er sah sie an, aber erfüllte keine Identitätskrise, keinen Wandel in seinem Leben oder sonst etwas von diesem neumodischen Kram. Er hasste sie. Er versetzte ihr einen harten Schlag ins Gesicht. Sie verstummte für einen Moment und hob die Hand an die roten Abdrücke seiner Finger auf ihrer Wange. Du wirst ins Gefängnis gehen, Bert, sagte sie pathetisch. Das glaube ich kaum, sagte er, während er den Handkoffer, den er im Feld gefunden hatte, vor die Füße warf. Was ist denn das? Ich weiß es nicht, aber vermutlich gehört es ihm. Er deutete auf den reglos ausgestreckten Körper, der mit dem Gesicht nach unten auf der Straße lag. Nicht älter als 13 auf den ersten Blick. Der Koffer war alt, das braune Leder war zerschrammt und abgestoßen. Zwei Wäscheleinen waren darum gewickelt und zu großen Clownsschleifen geknotet. Vicky beugte sich hinab und schrag zurück, als sie das fette Blut in dem Knoten sah. Bert knete ihn nieder und drehte den Körper sanft um. Vicky starrte hilflos zu Boden. Ich will nicht hinsehen, sagte sie. Aber als das starrende blinde Gesicht ihnen seine Aufmerksamkeit schenkte, erweinte sie erneut. Das Gesicht des Jungen war schmutzig. Ein Ausdruck des Grauens. Man hatte ihm die Kehle durchgeschnitten. Bert stand auf und nahm Vicky in die Arme, als sie zu wanken begann. Werde mich jetzt nur nicht ohnmächtig, sagte er ganz ruhig. Hörst du mich? Hörst du mich, Vicky? Fall mir jetzt nur nicht in Ohnmacht. Er sagte es wieder und wieder und schließlich fasste sie sich und klammerte sich an ihm fest. Sie hätten zwei Tänzer sein könnten, wie sie da auf der sonnengequälten Straße standen neben der Leiche des Jungen zu ihren Füßen. Vicky? Was? Murmerte sie in sein Hemd. Geh zurück zum Wagen, nimm die Decke vom Rücksitz, nimm das Gewehr und bring's her. Das Gewehr? Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten, vielleicht beobachtet der uns jetzt gerade. Ihr Kopf flog in den Nacken und ihre geweiterten Augen richteten sich auf den Mais, eine wogende auf- und absteigende Decke, die das Land überzog, soweit er bekreichte. Ich glaube, dass er fort ist. Aber warum sollten wir ein Risiko angehen? Bring es her! Sie ging steif, ihr Schatten folgte ihr, in der Mittagssitze zum Wagen zurück. Bird hockte sich neben den Jungen, während sie sich über den Rücksitz beugte. Weiß, keine besonderen Kennzeichen, überfahren, ja, aber der T-Bird hatte ihm nicht die Kehle durchgeschnitten. Es war ein ungeschickter, ineffizienter Schnitt. Kein Sergeant hatte dem Killer die Feinheiten wirklichen Mordens beigebracht. Trotzdem war das Endergebnis tödlich. Der Junge war wahrscheinlich noch zehn Meter durch das Maisfeld gestolpert oder gestoßen worden, tot oder tödlich verwundet und Bird Robson hatte ihn überfahren. Aber auch, wenn er noch gelebt hatte, als er in der Wagen erfasste, machte das höchstens einen Unterschied von 30 Sekunden aus. Vicky tippte ihm auf die Schulter und er sprang auf. Sie trug die braune Armidecke über dem linken Arm, das Gewehr noch in der Hülle in der rechten Hand das Gesicht abgewandt. Er nahm die Decke und breitete sie auf der Straße aus. Vicky gab ein verzweifeltes kleines Stöhnen von sich, als er den Körper darauf reute. Bist du okay? Er sah zu ihr auch. Vicky? Okay, sagte sie mit erwirkter Stimme. Er schlug die Seiten der Decke über den Körper und stemmte ihn hoch. Das schwere, tote Gewicht versuchte, seine Arme durchzudrücken und seinem Griff zu entgleiten. Er packte es fester und sie gingen zurück zum Wagen. Mach den Kofferraum auf, murmelte er. Der Kofferraum war vollgepackt mit Reiseutensilien, Koffern und Souvenirs. Vicky warf das meiste davon auf den Rücksitz und Bird legte den reglosen Körper in den Wagen und warf die Heckklappe sichtlich erleichtert zu. Vicky stand neben der Fahrradtür, das verpackte Gewehr noch immer fest und klammert. Werf es auf den Rücksitz und steig ein. Er sah auf die Uhr, es waren gerade 15 Minuten vergangen, aber es schienen Stunden gewesen zu sein. Was ist mit dem Koffer? fragte sie. Er ging zurück zu dem Koffer, der wie der zentrale Punkt eines impressionistischen Gemäldes auf der weißen Mittellinie stand. Er nahm ihn an seinem zerfletterten Griff auf, stockte für einen Moment plötzlich, hatte er das starke Gefühl, beobachtet zu werden. Es war die Art von Gefühlen, über die er in Büchern gelesen hatte, zumeist in billigen Romanen. Diese Art Gefühl, dessen Realität er immer bezweifelt hatte. Jetzt hat er es nicht. Vielleicht waren Leute dort im Feld, vielleicht viele und vielleicht schätzten sie gerade kalt ab, ob die Frau Zeit genug finden würde, das Gewehr aus der Hülle zu ziehen und zu benutzen, bevor sie ihn schnappen und zwischen den schattigen Reihen zerren und in die Kehle durchschneiden konnten und mit Klopfen am Herzen rannte er zum Wagen zurück, zog den Schlüssel von der Heckklappe ab und stieg ein. Vicky hatte wieder zu weinen begonnen. Bert fuhr los und nach weniger als einer Minute war der Ort, in dem es passiert war, bereits aus dem Rückspiegel verschwunden. Wie hieß nochmal die nächste Stadt, fragte er. Ah, sie beugte sich wieder über die Karte. Gatlin, wir müssen in zehn Minuten da sein. Sieht es groß genug aus, um mein eigenes Polizeirevier zu haben? Nein, nur ein Punkt auf der Karte. Vielleicht gibt es ja einen Polizisten. Sie fuhren eine Weile schweigend weiter, ein Silo glitt links an ihn vorüber. Sonst nichts als Mais. Nicht einmal ein Farmwagen kam ihnen entgegen. Sag mal, sind wir irgendjemandem begegnet, seit wir die Schnelle Straße verlassen haben, Vicky? Sie dachte in einem Moment nach. Am Wagen und am Traktor, an der Kreuzung. Nein, ich meine auf dieser Straße, Rote 17. Nein, glaube ich nicht. Doch vor kurzem hätte sie diese Frage zum Anlass einer spitzen Bemerkung gemacht. Jetzt stachte sie nur wortlos auf die Straße und auf die endlose, unterbrochene, weiße Linie von dem Fenster. Vicky, kannst du den Koffer aufmachen? Glaubst du, das würde etwas ändern? Keine Ahnung, möglich. Während sie die Knoten öffnete ihr Gesicht, hatte er eine seltsame Starre angenommen, ausdruckslos, aber die Lippen fest zusammengekniffen und erinnerte absurderweise an seine Mutter. Während sie die Innereien des Sonntaghähnchens herausnahm, schaltete er das Radio wieder ein. Der Sender mit Popmusik, dem sie bisher zugehört hatten, war jetzt von statischem Rauschen überlagert und Bird ließ die rote Nadel langsam über die Skala gleiten, irgendwas über Landwirtschaft. Buck Owens, Tammy, Wynette, alles weit entfernt, zu geplapper verzerrt. Dann, fast am Ende der Skala, schmetterte ein einzelnes Wort aus dem Lautsprecher. So laut und so klar, als befänden sich die Lippen des Sprechers direkt hinter dem Lautsprechergrill im Armaturenbrett. Wo ist sie? donnerte die Stimme. Bird gab einen überraschten, grunzenden Laut von sich. Vicky fuhr zusammen. Nur durch das Blut des Lammes sind wir gerettet, brüllte die Stimme. Bird drehte die Lautstärke wieder herunter. Dieser Sender musste nahe sein, so nah, ja, ja, da war er ja, spinnenfüßiges rotes Dreibein, das Hoch gegen das Blau des Horizonts aus dem Mais ragte, der Sendeturm. Bösen heißt das Wort, Brüder und Schwestern, sagte ihnen die Stimme, nun schon nicht mehr ganz so theatralisch. Im Hintergrund weiter weg vom Mikrofon erklang ein vielstimmiges Amen. Ihr glaubt, ihr könntet in die Welt hinausgehen, könntet in ihr Leben und Arbeiten, ohne von ihr besudelt zu werden. Aber ist es das, was uns das Wort Gottes lehren will? Weiter hinten überlaut. Nein. Jesus Christus donnerte der Prediger und seine Worte kamen jetzt in einer kraftvollen, hämmernden Kaskade wie der Rhythmus einer Rock'n'Roll Band. Wann werden sie einsehen, dass der Lohn des Lebens erst auf der anderen Seite ausgezahlt wird? Wann? Wann? Der Herr sagt, dass in seinem Haus viele Wohnungen sind, aber dort ist kein Platz für die Hurenböcke, kein Platz für die Sechssüchtigen, kein Platz für die, die unseren Mais besudeln, kein Platz für die Hummuschekuellen, kein Platz, Vicky schaltete das Radio aus, dieses Gestammeln macht mich krank. Was hat er gesagt? fragte Burt. Was hat er über Mais gesagt? Ich habe ihn nicht gehört. Sie zupfte noch immer an dem Knoten herum. Er hat irgendetwas über Mais gesagt, da bin ich mir sicher. Ich habe, sagte Vicky. Der Deckel des Koffers fiel auf ihren Schoß. Sie passierten ein Shit. Gatlin, fünf Meilen, denken Sie an unsere Kinder, fahren Sie vorsichtig. Geschosse vom Kaliber 22 hatten das Schild doch löckert. Socken, sagte Vicky, zwei Paar Hausschuhe, ein Hemd, ein Gürtel, ein Halstuch. Mit sie hielt es hoch und zeigte ihm die schmale, vergoldete Klammer mit der eingravierten Figur. Was soll das denn sein? Burt sah es an. Dieser Cowboy, Hoppe Long Cassidy vermutlich. Ah, sie legte es zurück und begann wieder zu weinen. Nach einer Weile sagte Burt, was hat dich an diesem Gequatsche im Radio so aufgeregt? Na, nichts. Aber ich habe als Kind genug davon gehört. Ich habe dir doch davon erzählt. Findest du nicht, dass er sich ein bisschen jung anhört, dieser Prediger? Sie gab ein freudloses Lachen von sich. Tja, das ist ja das Grausame an dem ganzen Trip. Sie wissen genau, wann sie dich kriegen können, wenn du jung bist und wie Plastilin für alles aufgeschlossen. Du hättest eines dieser Zelttreffen erleben sollen, zu denen mich meine Mutter geschleppt haben. Eines von diesen Treffen, bei denen ich gerettet worden bin. Warte, das muss ich dir einfach erzählen. Da war Baby Hortens, das singende Wunder. Die war acht. Sie sang, gebe dich in seine ewigen Arme, während ihr Vater mit dem Klingelbeutel herumging und jedem sagte, lass dieses Kind nicht aus Gottes Gnade fallen. Oder Norman Staunton, er trug kurze Rosen und predigte Höllenfeuer und Schwefel. Er war sieben, ein richtiger kleiner Lord Fauntleroy. Sie nickte bekräftigend, als sie seinen unglaublichen Blick sah. Aber es waren nicht nur die beiden, eine Menge von ihnen waren damals auf zur Nähe. Sie waren gute Tschuckpferde. Sie spiel das Wort geradezu aus. Ruby Stampton, eine zehnjährige Gesundbeterin. Die Grace-Schwestern. Sie trat mit kleinen Messingheiligenscheinen über ihren Köpfen auf und was ist los? Er fuhr herum zu sehen, was sie in der Hand hielt. Vicky sah den Gegenstand, den sie auf dem Boden des Koffers gefunden hatte, nachdenklich an. Während sie sprach, hatten ihre bedächtig suchenden Hände, aus dem Durcheinander des Kofferbodens geangelt und nach oben gebracht. Der Börd beugte sich neugierig herüber und sie gab es im Bord los. Es war ein Kruzifix, dass es zwei ehemals grünen, aber jetzt vertrockneten Ähren gefertigt war. Ein einzelner Maiskolben war mit einem dünnen Faden daran befestigt. Der Großteil der Kerne war vorsichtig mit einem Taschenmesser entfernt worden. Die übrig gebliebenen Kerne bildeten eine rohe, reliefartig hervorstehende Kreuzform. Kornaugen mit einem dünnen, senkrechten Schlitz als Pupillen, ausgestreckte Kornarme, die Beine zusammengelegt und in der rohen Nachbildung nackter Füße endend. Darüber waren vier Buchstaben in den knochenweißen Kolben graviert. I-N-R-I Jesus Nazarenus Rex Judeorum Fantastische Handarbeit sagte er. Es ist abscheulich sagte Vicky mit flacher angespannten Stimme. Wirf es weg. Die Polizei würde es sehen wollen, Vicky. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Wirf es weg, bitte. Tu mir den Gefallen. Du tust mir jetzt den Gefallen. Ich will es nicht im Wagen haben. Ich lege es zurück. Sobald wir den Polizisten sehen, werden wir es auf diese eine oder andere Weise los. Ich verspreche es dir. Okay? Mach doch, was du willst, schrie sie. So wie immer. Besorgt warf er das Ding zurück auf den unordentlichen Kleiderhaufen. Die Kornaugen starrten, versunken gegen die Decke des T-Bird. Er nahm es noch einmal heraus. Sand rieselte aus den Kleidern im Koffer. Wir übergeben den Toten und alles, was er im Koffer bei sich hatte, an die Polizei versprach und dann sind wir es los. Vicky antwortete nicht. Sie sah auf ihre Hände und nach einer Weile begannen die endlosen Felder allmählich von der Straße zu zurückzuweichen und sie sahen die ersten Farmhäuser. Ein paar schmutzige Hühner pickten dicht in der Straße lustlos auf den Boden herum. Auf den Dächern der Scheunen prangten verblassene Coca-Cola, Kaugummi und Zigaretten Reklamen. Sie passierten ein Schild, auf dem nur Jesus rettet stand. Sie kamen an einem kleinen Café vorbei, mit einer Kokona-Tankstelle aber Bird fuhr vorbei, um zur Stadtmitte zu kommen, falls es eine gab. Und wenn es keine gab, würden sie zu diesem Café zurückfahren. Aber erst, als sie am Parkplatz des Cafés vorbeifuhren, fiel ihm auf, dass der Parkplatz leer war, bis auf einen verrosteten Lastwagen, der auf zwei Plattenreifen stand. Vicky begann plötzlich zu lachen, ein hoher, kichernder laut, der Bird wie der Vorbote eines hysterischen Anfalls vorkam. Was findest du so komisch? Die Schilder, sagte sie, keuchte und schluckste. Hast du sie nicht gelesen? Wenn man das hier, den Bible Belt nennt, dann ist das bestimmt kein Witz. Herr Gott nochmal, da vorne sind noch mehr Bibelsprüche. Ein neuer Ausbruch hysterischen Gelächter entfuhr ihr und sie schlug die Hände vor dem Mund zusammen. Jedes Schild hatte nur ein einziges Wort. Sie lehnten an weiß gewaschenen Stecken im Abstand von 25 Metern entlang der Straße, die Schrift auf weißem Grund, eingepflanzt vor langer Zeit. Bird las eine Wolke am Tag eine Flammensäule bei Nacht. Sie haben nur eines vergessen, sagte Vicky immer noch hilflos kichend. Na was? fragte Bird und runzelte die Sturm. Das ist hier Wasser, Burma Shade. Sie presste die Faust gegen den Mund und versuchte gegen das Lachen anzukämpfen, aber ihr Gekicher blubberte herum wie Blasen in Ginger Ale. Vicky, bist du in Ordnung? Ich werde es sein, sobald wir tausend Meilen von hier weg sind und die Rockies zwischen uns und Ebraska haben, im sonnigen, sündigen Kalifornien. Eine neue Reihe von Schildern tauchte vor ihnen auf. Nehmt dies, mein Fleisch und mein Blut und sagt, Gott, der Herr, warum, dachte Bird, bringe ich diesen seltsamen Satz sofort mit dem Mais in Verbindung. Benutzen sie nicht die gleichen Worte bei der Kommunion? Sein letzter Kirchenbesuch lag schon so lang zurück, dass er sich nicht mehr genau daran erinnern konnte. Es hätte ihn nicht einmal überrascht, wenn sie in dieser Gegend für die heilige Horst die Maisbrot verwendet hätten. Eröffnet den Mund wollte es Vicky sagen, zog es dann aber vor, zu schweigen. Nachdem sie eine leichte Anhöhe überquert hatten, breitete sich Gatlin unter ihnen aus, aufgeteilt Polizisten geben, sagte Burt und fragte sich, warum sich ein Klumpen Furt in den Rachen stopfte beim Anblick dieser hinterwäldischen Stadt, die dort in der Mittagssonne vor sich hindößte. Sie kamen an einem Verkehrsschild vorbei, das die höchste Geschwindigkeit auf 30 Meilen begrenzte und dann noch eins, das sagte, sie kommen jetzt nach Gatlin, der nettesten kleinen Stadt in Nebraska und in der übrigen Welt, 5.431 Einwohner, staumige Ulmen standen auf beiden Seiten der Straße, die meisten verkrüppelt. Sie basierten den Lumberyard von Gatlin und eine Tankstelle, der am Preisschilder sanft im heißen Mittagswind schwangen. Normal 35,9 Super 38,9 und ein zusätzliches mit dem Hinweis Diesel für Lastwagen auf der Rückseite. Sie überquerten die Elm Street an die Birch Street und gelangten auf den Marktplatz. Holzhäuser mit überdachter Veranda-Rahm hinein, rechteckig und funktional. Die Rasenstücke waren gelb und niedergedrückt. Vor ihnen bewegte sich gemächlich eine Promenadenmischung auf die Mitte der Maple Street zu, seinen Moment lang zu ihnen herüber und legte sich dann wieder nieder mit der Nase auf den Pfoten. Halt an, sagte Vicky. Halte genau hier an. Bert fuhr gehorsam an den Straßenrand. Dreh um. Lass uns die Leiche nach Grand Island bringen. Das ist doch nicht so weit, oder? Machen wir das. Was ist los, Vicky? Was meinst du, was los ist? fragte sie im Tonfall, denn die Spur zu schrill klang. Diese Stadt ist ausgestorben, Bert. Außer uns ist niemand hier. Spürst du das denn nicht? Er hatte etwas gespürt. Und er spürte es immer noch. Aber schon möglich, sagte er. Aber das Nest ist so winzig, dass sie bestimmt nur einen einzigen Hötanten haben. Wahrscheinlich sind sie alle bei einem Volksfest mit Kuchenverkauf und Bingo-Spiel. Es ist niemand hier. Sie sprach die Worte seltsam gefasst aus. Hast du vorher nicht die Tankstelle gesehen? Sicher, ja, beim Lamberjad. Oh, sein lauschte dem stumpfsinnigen Summen einer Zikade, die sich in eine der nahen Ulmen eingrub. Herr Rochmais, staubige Rosen und Dünger, natürlich. Zum ersten Mal hatten sie sich von der Schnellstraße entfernt und waren in einer Stadt, in einem Staat, in dem er noch nie zuvor gewesen war, obwohl er sie einige Male mit einer 747 der United Airlines überflogen haben musste. Und irgendwie fühlte sich alles falsch, aber richtig an. Irgendwo weiter da vorne würde ein Drugstore sein mit einem Zapfhahn, wie Sodawasser, ein Kino und eine Schule, die nach John F. Kennedy benannt war. Bert, auf den Preisschildern stand, dass normal 35,9 kostete und super 38,9. Wie lang ist es eigentlich her, dass solche Preise üblich waren? Wenigstens vier Jahre dazu. Aber wiki, wir sind mitten in der Stadt, Bert, und ich habe bis jetzt noch kein Auto gesehen, nicht ein einziges Auto. Grand Island ist 70 Meilen entfernt. Es würde komisch aussehen, wie wir ihn dorthin bringen würden. Das ist mir egal. Nun hör mal, wir fahren jetzt zum Gerichtsgebäude und nein. Verdammter hatten sie es wieder. Darum zersplittert unsere Ehe in tausend Stücke. Nein, ich will nicht mehr. Nein, Sir. Und wenn du nicht tust, was ich will, dann halte ich die Luft an, bis ich blau anlaufe. Vicky, sagte er, ich möchte hier weg, Bert. Vicky, hör mir zu, dreh um, lass uns abhauen. Vicky, würdest du vielleicht mal eine Minute lang still sein? So weit wir aus der Stadt draußen sind. Hauen wir ab. Wir haben ein totes Kind im Kopfheraum, brüllt er sie an. Und er bezog ein deutliches Vergnügen daraus, wie sie zurückschreckte, wie ihr Gesicht einfiel. In einem ruhigeren Tonfall fuhr er fort, und ihn auf die Straße geworfen. Und ich habe ihn überfahren. Deswegen fahre ich jetzt zum Gerichtsgebäude oder was auch immer sie hier haben und ich werde es melden. Aber wenn du zurückgehen willst, dann bitte sehr. Ich werde dich dort auflesen. Aber erzähl mir nicht, dass wir umkehren und 70 Meilen nach Grand Island fahren sollen, als ob wir nichts als eine Tasche voller Müll im Kofferraum hätten. Es wird wohl der Sohn einer Mutter sein. Und ich werde es melden, bevor der Mörder über die Hügel fliegen kann unten ist. Du Arschloch, sagte sie beinend. Was mache ich nur mit dir? Das weiß ich nicht, sagt er. Das weiß ich nicht mehr. Aber die Sache hier kann in Ordnung gebracht werden, Vicky. Er fuhr vom Straßenrand los. Der Hund hob den Kopf, als die Reifen quietschten und ließ den Kopf dann wieder auf die Pfoten sinken. Sie fuhren weiter ins Zentrum. An der Ecke von Haupt- und Einkaufsstraße gabelte sich die Hauptstraße. Dort war tatsächlich eine Art Festwiese mit einem Musikpavillon in der Mitte. Auf der anderen Seite, wo sich die Hauptstraße wieder vereinte, standen zwei Verwaltungsgebäude. Byrd entzifferte eine der Inschriften. Gatlin Stadtzentrum. Ha, das ist es, sagte er. Vicky sagte nichts. Auf halbem Weg bremste Byrd neuernd ab. Sie hielten neben einer Imbissstube. Gatlin Bar and Grill. Wohin gehst du? fragte Bicky Nervös, als er seine Tür öffnete. Ich will herausfinden, wo sie alle geblieben sind. Nach dem Schild am Fenster zu urteilen, ist es geöffnet. Du kannst mich hier doch nicht allein lassen. Na, komm doch mit. Was hält ich denn auf? Sie entsicherte ihre Tür und stieg aus, als er gerade den Wagen umrundete. Er sah, wie blass ihr Gesicht war. Und einen Moment lang fühlte er Mitleid mit ihr in sie aufsteigen. Hoffnungsloses Mitleid. Hörst du es? fragte sie, als er auf gleicher Höhe war. Weiß er nicht hören? Das Nichts. Autos. Menschen. Tracker. Wo sind die? Ich höre nichts. Und dann hörten sie eine Straße weiter das helle und fröhliche Gelächter von Kindern. Ich höre Kinder, sagte er, du nicht? Sie sahen bestürzt an. Er öffnete die Tür der Imbissstube und trat in trockene, sterile Hitze. Der Boden war staubbedeckt. Die Chromteile waren stumpf. Die Holzlamellen des Sonnenschutzes verkantet. leere Barhocker. Der Spiegel hinter der Theke war zertrümmert worden und da war noch irgendetwas anderes. Einen Moment später wusste er, was es war. Die Bierzapfhähne waren abgerissen worden und lagen auf der Theke. Wickes Stimme klang fröhlich und brüchig. Natürlich, fragt doch jemanden. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber können Sie mir vielleicht sagen, halt doch die Klappe. Aber seine Stimme klang dumpf und kraftlos. Sie standen in einem Streifen dunstigen Sonnenlichts, das durch die dicken Scheiben der Imbissstube fiel und wieder hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden und er dachte an den Jungen, den sie im Kofferraum hatten und dann das helle Gelächter der Kinder. Ohne Grund begann eine Phrase in seinem Kopf herumzuspucken. Eine rechtlich klingende Phrase, die ihn mystischer Regelmäßigkeit wiederholte. Sight unseen, sight unseen, sight unseen. Unbesehen, unbesehen, unbesehen. Seine Augen glitten über die vergliebte Karte, die mit Reißzwecken hinter der Theke befestigt war. Cheeseburger 35 Cent. A Weltbasset Joe 10 Cent. Erdbeer-Rabberstück 25 Cent. Heute Special Hamburger und rote Special Soße gemischte Portion 80 Cent. Wie lange war es her, dass er in Imbissstuben solche Preise gesehen hatte? Vicky wusste die Antwort. Sieh dir das an. Und sie deutet auf den Kalender an der Wand. Es dürfte schon 20 Jahre her sein, dass er zum letzten Mal gegessen wurde. Sie stieg sein mühsames Lachen aus. Er trat näher. Das Bild zeigte zwei Jungen, die in einem Teich schwammen, während ein kleiner, frecher Hund ihre Kleidungsstücke wegtrug. Unter dem Bild war zu lesen, mit den besten Empfehlungen der Gärtlin Holz- und Eisenwaren. Sie machen's kaputt, wir reparieren's wieder. als Kalenderblatt stammte vom August 1964. Das, 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 das verstehe ich nicht, schluckte er. Aber ich bin mir sicher. Ha, 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 ha. Hä, bist du dir sicher? Sicher bist du dir sicher? Das ist ja das Schlimme mit dir, Bert. Dein ganzes Leben lang hast du damit verbracht, dir sicher zu sein. Er drehte sich zur Tür um und sie folgte ihm. Wohin gehst du? Zum Stadtzentrum. Bert, warum bist du nur so stur? Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt. Kannst du es nicht endlich zugeben? Ich bin nicht stur. Ich möchte nur das loswerden, was wir im Kofferraum mit uns rumschleppen. Sie traten auf den Bürgersteig hinaus und Bert wurde erneut von der Stille in der Stadt überrascht und vom Geruch des Düngers. Irgendwie dachte man nie an diesen Geruch, wenn man einen Maiskolben butterte, ihn salzte und hineinbiss. Bestandteile von Sonne, von Regen, alle Sorten menschlicher Phosphate und eine gesunde Dosis Kudung. Aber irgendwie unterschied sich dieser Geruch von dem, den er in der ländlichen Hinterland von New York kennengelernt hatte. Man konnte über organischen Dünger sagen, was man wollte, aber er hatte irgendetwas fast wohlriechendes an sich, wenn er im Frühjahr auf die Felder gesprüht wurde. Weiß Gott, kein großartiger Geruch, aber um die Spätabendbrise ihn aufnahm und auf die frisch gepflügten Felder verteilte, löste der Geruch eigentlich gute Assoziationen aus. Es bedeutete, dass der Winter wirklich vorüber war, dass sich die Schultüren in ungefähr sechs Wochen schließen und sie alle in den Sommer hinauslassen würden. Es erinnerte ihn an die anderen Gerüche, die wirklich wohlriechend waren. Gras, Klee, frische Erde, Malven, Korn. Aber die hier draußen mussten irgendetwas anders machen, dachte er. Der Geruch war ähnlich, aber nicht gleich. Da war ein krankhaft süßer Unterton, fast wie ein Totengeruch. Als ehemaliger Sanitäter in Vietnam kannte er diesen Geruch nur allzu gut. Vicky saß still im Wagen, hielt das Maiskreuz auf ihrem Schoß und starrte so verzückte Weise an, die Bird gar nicht gefiel. Leg das Ding weg, sagte er. Nein, sagte sie ohne hochzusehen. Du spielst deine Spiele und ich spiele meine. Er legte einen Gang ein und fuhr um die Ecke. Eine tote Ampel hing über ihnen, schwang in der schwachen Brise. Auf der linken Seite befand sich eine saubere kleine Kirche. Das Gras war geschnitten, gepflegte Blumen umrahmten einer mit Steinplatten belegten Pfad, der zur Tür führte. Bird hielt darauf zu. Was hast du vor? Ich werde hineingehen und mich etwas umsehen, sagte Bird. Ein einziger Ort in der Stadt, der nicht so aussieht, als ob man ihn zehn Jahre lang hat im Stauber stecken lassen. Und wirf mal einen Blick auf die Ankündigungstafel. Sie betrachtete die Tafel. Weiße, saubere Buchstaben, die unter Glas lagen. Die Macht und Anmut von ihm, der hinter den Reihen wandelt. Das Datum war der 24. Juli 1976. Der letzte Sonntag. Er, der hinter den Reihen wandelt, sagte Bird. Ich nehme an, dass das einer von den 9000 Namen ist, die man in Nebraska für Gott benutzt. Kommst du? Sie lächelte nicht. Ich komme nicht mit. Na, wie immer du willst. Ich bin nicht mehr in der Kirche gewesen, seit ich von zu Hause fort bin und ich will nicht in diese Kirche und ich will nicht in dieser Stadt sein, Bird. Ich habe solche Angst, dass ich fast den Verstand verliere. Können wir nicht endlich gehen? Es dauert nur eine Minute. Ich habe meine eigenen Schlüssel, Wenn du nicht in fünf Minuten zurück bist, werde ich wegfahren und dich allein hier zurücklassen. Du hast doch eine Minute warten können, Lady. Genau das habe ich auch vorher vorausgesetzt. benimmst dich nicht wie einer von diesen Schlägertypen und nimmst mir die Schlüssel weg. Ich könnte mir vorstellen, dass du das in der Lage wärst, aber du glaubst nicht, dass ich das tun werde. Nein. Ihre Handlasche lag auf dem Sitz zwischen ihnen. Er öffnete sie, sie schrie auf und griff nach den Schulterriemen. Er zog ihn aus ihrer Reichweite. Ohne sich die Mühe zu machen, nach den Schlüssel zu suchen, drehte er die Handlasche einfach um und kippte den Inhalt aus. Ihr Schlüsselbund glitzerte inmitten von Papiertassen, Tüchern, Kosmetika, Wechselgeld, Einkaufslisten. Sie langte danach, aber er schlug sie wieder und steckte die Schlüssel in seine Tasche. Du hattest kein Recht, das zu tun, sagte sie und gib sie mir zurück. Nein, sagte er und grinste sie hart und bedeutungslos an, auf keinen Fall. Bitte, Bert, ich habe Angst, sie streckte in einer bittenden Gäste die Hand aus. Du würdest zwei Minuten warten und dann beschließen, dass das lange genug war. Das würde ich nicht. Und dann würdest du lachend davonfahren und zu dir selber sagen, das wird Bert zeigen, dass er lieber auf mich hören sollte, wenn ich etwas haben will. War das nicht ein Motto während unseres gesamten Ehelebens, Bert, zu zeigen, dass er auf mich hören soll? Er stieg aus dem Wagen. Bitte, Bert, rief sie ihm nach und rutschte hastig über den Sitz. Hören mir doch zu, ich weiß, wir fahren aus der Stadt raus und rufen von einer Telefon zu lernen, okay? Ich habe alle mögliches Kleingeld dabei. Ich will nur, wir können, lass mich bitte nicht allein, Bert, lass mich hier draußen bitte nicht allein. Er schlug die Autotür bei ihrem Aufschrei zu und lehnte sie einen Moment an den T-Bird, die Daumen gegen seine geschlossenen Augen gedrückt. Sie hämmerte gegen das Fenster auf der Fahrerseite und rief seinen Namen. Sie würde ihn bewundern, wenn er endlich jemanden gefunden hatte, der sich um den Körper des Kindes kümmern konnte. Oh ja, er drehte sich um und ging den mit Steinplatten belegten Pfad zur Kirche hinauf. Zwei oder drei Minuten wollte sie nur mal schnell umsehen und dann konnten sie weiterfahren. Die Janiere waren gut geölt, dass er beim Eintreten kein Geräusch verursachte. Erst vor kurzem geölt, er. Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund fand er das lustig. Und er trat in die Vorhalle, die so kühl war, dass ihn fast den Frösteln überlief. Es dauerte einen Moment, bis sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten. Das Erste, was er bemerkte, waren Berghölzer Buchstaben, die in der hintersten Ecke lagen, verstaubt und zu einem wirren Haufen zusammengeworfen. Neugierig trat er näher. Sie sahen so alt und vergessen aus, wie der Kalender in der Imbissstube, ganz im Gegensatz zum Rest der Vorhalle, der staubfrei und aufgeräumt war. Die Buchstaben waren ungefähr zwei Fuß hoch und gehörten offensichtlich zusammen. Er breitete sie auf dem Teppich aus, es waren 20 und suchte nach sinnvollen Worten. Reich, Genie, Tankstand, BP, nichts, Kriegspech, Tanne, Bandit, das war auch Blödsinn, bis auf das BA in Bandit. Er bildete schnell das Wort Baptist und übrig blieb nagend Kriechen. Schwachsinn. Er verbrachte seine Zeit mit idiotischen Spielereien, während Vicky draußen wohl langsam verrückt wurde. Er wollte schon aufstehen und hinaus gehen, als er es plötzlich sah. Er stellte das Wort Gnaden zusammen, damit blieb nur noch Kriechen übrig. Und durch eine geringfügige Änderung ergab sich Kirche. Baptisten Gnaden Kirche, die Buchstaben mussten draußen befestigt gewesen sein. Sie hatten sie abgenommen und sie achtlos in diese Ecke geworfen und die Kirche war angemalt worden, sodass man noch nicht einmal die Stellen sehen konnte, an denen die Buchstaben einst befestigt waren. Warum? Es war nicht mehr die Baptisten Gnaden Kirche darum. Aber was für eine Kirche war es dann? Aus irgendeinem Grund beunruhigt ihn diese Frage und er stand rasch auf, streifte sich den Staub von den Fingern. Sie hatten die Buchstaben abgenommen, und? Vielleicht hatten sie daraus die Flip Wilsons Kirche der gegenwärtigen Geschehnisse gemacht. Aber was war dann geschehen? Er schob die Gedanken ungeduldig beiseite und ging durch die inneren Türen. Und nun stand er im Inneren der Kirche selber und als er zum Hauptschiff hinauf sah, fühlte er, wie sich sein Herz vor Furcht verkrampfte. Sein heftiger Atem wirkte störend in der heiligen Stille dieses Ortes. Der Raum hinter der Kanzel wurde von einem gigantischen Porträt von Christus beherrscht. Und Bird dachte, wenn auch nichts anderes in dieser Stadt, Vickys Schreikrämpfe rechtfertigte, dann doch dieser Anblick. Christus grinste wölfisch. Seine weiter aufgerissenen Augen starrten Bird an und erinnerten ihn auf eine unangenehme Art und Weise an Long Janine, das Phantom der Oper. In den großen schwarzen Pupillen war eine Gestalt zu erkennen, wahrscheinlich ein Sünder, der in einem See von Feuer ertränkt wurde. Aber das Merkwürdigste an der Sache war, dass Christus grüne Haare hatte. Haare, die sich bei näherer Betrachtung als eine geflochtene Masse grüner Maishalme erwies. Trotz künstlerischer Mängel tat das Bild seine Wirkung. Es sah aus wie ein Comicscript-Wand Gemälde, das von einem begabten Kind angefertigt worden war, ein Christus des Alten Testaments oder ein heidnischer Christus, der seine Schafe eher für ein Opfer schlachten würde, anstatt sie zu leiten und zu behüten. Am linken hinteren Ende der Kirchenstuhlreien befand sich eine Orgel und Zuerst war Bernd nicht in der Lage zu sagen, was mit ihr nicht stimmte. Er ging das linke seitens hinunter und sah mit langsam dämmernden Entsetzen, dass die Tasten herausgerissen worden waren, die Register zertrümmert und die Orgelpfeifen waren mit trockenen Maishülsen gefüllt. Über der Orgel hing eine sorgfältig gemalte Inschrift. Verdammt sei die Musik mit Ausnahme der menschlichen Zunge, die den Herrn preist. Vicky hatte Recht. Hier war irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. Er überlegte ob er wieder zu Vicky zurückkehren sollte, ohne weitere Nachforschungen anzustellen, einfach ins Auto zu steigen und die Stadt so schnell wie möglich hinter sich zu lassen und sich nicht mehr um das Gerichtsgebäude zu kümmern. Aber das war ihm zuwider. Die Wahrheit zu erzählen, dachte er, die Wahrheit musst du erzählen. Ihren Widerstand zurechtfertigen und zuzugeben, dass sie von Anfang an das richtige Gefühl gehabt hat, über ihm zuwider. Er würde sich noch eine Minute Zeit lassen. Da ging zur Kanzel hinauf und dachte, irgendjemand muss doch während dieser langen Zeit durch Gatlin gekommen sein. Es muss doch Leute in den Nachbarstädten geben, die Freunde und Verwandte haben. Die Nebraska Post musste einen regelmäßigen Verkehr unterhalten und das war mit den Elektrizitätswerken. Ja gut, die Ampel war ausgeschaltet worden, also mussten sie seit zwölf Jahren wissen, dass hier kein Strom mehr verbraucht wurde. Schlussfolgerung, das, was in Gatlin geschehen zu sein schien, war nicht möglich. Er hatte immer noch eine Gänse aus. Er stieg die vier Stufen zur Kanzel empor und sah auf die verlassenen Stuhlreihen hinauf, die das Licht im Halbdunkel reflektierten. Er hatte das Gefühl, die unheimlichen und entschieden unchristlichen Augen in seinem Rücken zu spüren. Auf dem Pult lag eine große Bibel, das 38. Kapitel von Hiob war aufgeschlagen. Bert las und der Herr antwortete Hiob aus dem Wetter und sprach Wer ist der, der meinen Ratschloss verdunkelt mit Worten ohne Verstand. Wo warst du, als ich die Erde schuf? Sage an, bist du klug? Der Herr, er, der hinter den Rhein wandelt. Ja, sag an, bist du so klug? Und meide bitte den Mais. Er schlug die Bibelseiten um und sie verursachten in der Stille ein trocken wisperndes Geräusch, ein gespenstisches Geräusch. Falls es Gespenster wirklich gab. Und an einem Ort wie diesem konnte man das fast glauben. Teile der Bibel waren herausgerissen worden, hauptsächlich aus dem Neuen Testament. Irgendjemand schien, den Schluss gefasst zu haben, die gute alte Bibel mit der Schere zu berichtigen. Aber das alte Testament hatte er in Ruhe gelassen. Burt wollte schon die Kanzel verlassen, als er ein anderes Buch auf einem Trombort bemerkte und es im Glauben herausnahm, dass es ein Kirchenbuch mit Hochzeiten, Konfirmationen und Beerdigungen sei. Er verzog das Gesicht, als er die Inschrift las, die in unregelmäßigen Goldlettern auf dem Umschlag prangte. So lasst uns die Schändlichen wegschneiden, auf dass der Boden wieder fruchtbar werde, sagt der Herr der Ehrscharen. Das schien ganz im Sinne des Gedankengurts zu sein, das hier verbreitet war. Burt öffnete das Buch auf der ersten linierten Seite. Augenblicklich erkannte er, dass ein Kind die Beschriftung vorgenommen hatte. An einigen Stellen sah man, dass jemand sorgfältig mit einem Radiermesser Verbesserungen vorgenommen hatte. Und obwohl die Worte fehlerlos waren, wirkten die Buchstaben zu groß und kindlich mehr gemalt als geschrieben. Auf der ersten Seite war zu lesen Amos Deegan Geboren 4. September 1945 Gestorben 4. September 1964 Isaac Renfrew William 19. September 1945 19. September 1964 Sabinaya Kirk George 14. Oktober 1945 14. Oktober 1964 Mary Wells Roberta 12. November 1945 12. November 1964 Yemen Hollis 5. Januar 1946 5. Januar 1965 Stirnrunsen blätterte Bertie seiten weiter durch. Durch sich endeten die Eintragungen abrupt. Rachael Stigman Donner Geboren 21. Juni 1957 Gestorben 21. Juni 1976 Moses Moses Richardson Henry 29. Juli 1957 Maracias Boardman Craig 15. August 1957 Der letzte Name lautete Ruth Claussen Sandra 30. April 1961 Bert sah auf dem Board nach auf dem er das Buch gefunden hatte und fand zwei weitere. Das erste hatte den gleichen Last Ons die schändlichen Wegschneiden Titel und auf einer einspaltigen Liste waren der gleichen Art die Geburtsdaten und Namen eingetragen. Anfang September 1964 fand er Job Gilman Clayton 6. September und die nächste Eintragung lautete Eve Tobin 16. Juni 1965 Der eingeklammerte Zweitname fehlte und das dritte Buch war leer. Während Burt auf der Kanzel stand dachte er darüber nach. Irgendetwas war 1964 geschehen. Irgendetwas das mit Religion zu tun hatte. Mit Mais und mit Kindern. Lieber Gott wir bitten deinen Segen für die Ernte. Gelobt Jesus Christus. Amen. Und das hoch erhobene Messer mit dem Islam geopfert werden sollte. Aber es war überhaupt ein Lamm gewesen? Vielleicht war es eine religiöse Zwangsvorstellung an ihrem Verschwinden schuld. Allein, vollkommen allein, von der Außenwelt abgeschnitten und inmitten mehrerer hundert Quadratkilometer raschelnder, geheimnisvoller Maisfelder. Allein unter dem endlosen blauen Himmel. Allein unter dem aufmerksamen Auge Gottes, der jetzt zu einem fremdartigen, grünen Gott geworden war. Ein Gott des Korns, des Mais, alt, fremdartig und hungrig. Er, der hinter den Reihen wandelt. Bert fühlte wie Frost in sein Fleisch koch. Vicky, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Sie handelt von Amos Deegan, der als Richard Deegan am 4. September 1945 geboren wurde. Er nahm den Namen Amos im Jahre 1964 an guter alttestamentarischer Name, dieser Amos, einer der unbedeutenden Propheten. Vicky, dann geschah es, lach nicht, lach bitte nicht, dass Dick Deegan und seine Freunde, Bill Renfrew, George Kirk, Roberto Rose und Eddie Hollis, einem religiösen Wahn zum Opfer fielen und ihre Eltern töteten. Alle, das nicht zum Schreien, erschossen sie in ihren Betten, erstachen sie in ihren Badezimmern, vergifteten ihr Abendessen, hingen sie auf oder weideten sie aus und was weiß ich noch. Warum? Naja, der Mais, vielleicht lag er im Staben, vielleicht hatten sie die Vorstellung, dass der Mais starb, weil es zu viel Sünde gab, nicht genug Opfer. Sie werden es im Korn getan haben, inmitten da rein und irgendwie bin ich mir dessen sicher, sehr sicher, irgendwie beschlossen sie dann, dass niemand älter als 19 werden sollte. Richard Amos Deegan, der Held unserer kleinen Geschichte, hatte am 4. September 1964 seinen 19. Geburtstag. Dieses Datum nannte das Buch. Also ich glaube, dass sie ihn getötet haben, ihn dem Mais geopfert haben. Ist das nicht eine blödsinnige Geschichte? Nun, schauen wir uns mal nach Rachel Stigman um, die bis 1964 Donna Stigman hieß. Sie wurde am 21. Juni 19, genau vor einem Monat. Moses Richardson wurde am 29. Juli geboren. In drei Tagen wird er 19. Kannst du dir vorstellen, was mit dem guten Moses am 29. passiert? Ich mir schon. Bert befeuchtete seine trockenen Lippen. Und noch etwas anderes, Vicky. Sieh dir das mal an. Da haben wir Job Gilman, Clayton, der am 6. September 1964 geboren wurde. Keine anderen Geburten mehr bis zum 16. Juni 1965. Eine Lücke von zehn Monaten. Weißt du, was ich glaube? Sie haben alle Eltern getötet, selbst die Schwangeren. Das ist es, was ich glaube. Und eine von ihnen wurde im Oktober 1964 schwanger und gebar Eva. Ein 16- oder 17-jähriges Mädchen. Eva, die erste Frau. Fieberig blätterte er ein Buch zurück und fand den Eintrag Eva Tobin. Darunter Adam Greenlaw 11. Juli 1965. Bis jetzt müssen es elf sein, dachte er. Und es kroch eiskalt seinen Rücken hoch und vielleicht waren sie da draußen irgendwo. Aber wie konnte das so lange geheim gehalten worden sein? Worum waren sie bis jetzt noch nicht entdeckt worden? Wie wenn es nicht von Gott selbst gut geheißen wurde? Oh, guter Gott, sagte Bird in die Stille hinan. Und dann begann die Hupe, dieses T-Bird zu röhren. Ein langer, anhaltender Ton. Bird sprang von der Kanzel hinunter und rannte das Mittelschiff entlang. Er schleuderte die Außentüren der Vorhalle zur Seite und die drückende Sommerhitze schlug ihm entgegen. Vicky saß Kerzen gerade hinter dem Lenkrad, mit beiden Händen hielt sie den Hupenring umklammert, ihr Kopf schwang wild hin und her. Die Kinder kamen aus allen Pickel in der Hand. Ländliche Waffen, kein Gewehr darunter. Bird fühlte das wilde Verlangen aufzuschreien. Wer von euch ist Adam? Wer von euch ist Eva? Wer sind die Mütter? Wer sind die Töchter? Na, Väter? Söhne? Sag Jan, bist du so klug? Sie kamen aus den Seitenstraßen, von der Festwiese, durch ein Tor im Maschenzaun, der den Schulhof, einen Block weiter westlich eingrenzte. Einige von ihnen warfen Bird gleichgültige Blicke zu, standen wie angefroren auf den Kirchenstufen, schießen sich heimlich an, deutelten auf ihn und lächelten ihr liebliches Kinderlächeln. Die Mädchen waren in langer brauner Wolle gekleidet, ihre Köpfe wurden von ausgebleichten Sonnenmützen geschützt. Die Jungen waren wie Quäkerpfarrer alle in Schwarz und trugen breit krempige Hüte. Sie strömten aus der Stadtmitte auf das Auto zu, überquerten die Rasenflächen, einige wenige kamen über den Vorhof des Gebäudes, das bis 1964 die Baptisten Gnadenkirche gewesen war. Ein oder zwei von ihnen standen so nahe, dass er sich fast hätte berühren können. Das Gewehr, schrie Bird, Vicky, hol das Gewehr. Aber die Panik hatte sich erstarren lassen, er konnte das von den Stufen aus erkennen, er bezweifelte, ob sie denn überhaupt durch die geschlossenen Fensterscheiben hören konnte. Sie versammelten sich um den Thunderbird, Äxte und Steine und Rohrstücke begannen zu fallen, mein Gott. Und ich sehe zu, dachte er, er starrte, eine Chromleiste fiel ab, das Markenzeichen sauste davon, Messer bohrten Spiralen, diese Seiten da reifen und der Wagen sackte ab. Die Hupe röhrte immer noch, die Windschutzscheibe und die Seitenfenster wurden milchig, die für Risse begannen sich zu bilden und dann splitterte das Sicherheitsglas nach innen und er konnte wieder sehen, wie Vicky zurückgebrochen war. Nur noch eine Hand lag auf dem Hupenring, mit der anderen versuchte ihr Gesicht zu schützen, gierige junge Hände griffen nach ihr, suchten den Knopf des Sicherheitskurses. Sie wehrte sich, so gut es ging. Die Hupe fing an zu stottern und hörte dann vollständig auf. Die verbeulte und mit Rissen übersähte Fahrradtür wurde aufgerissen. Sie versuchten sich hinaus zu ziehen, aber ihre Hände umklammerten das Lenkrad. Dann beugte sich einer von ihnen ein Messer in der Hand und die Erstaun fiel von ihm und er stürmte die Stufen hinunter, fiel fast und rannte den gepflasterten Weg auf sie zu. Einer von ihnen, ein Junge von vielleicht 16 Jahren, dessen rotes Haar unter dem Hut hervorquoll, drehte sich zu ihm um wie beiläufig und irgendetwas sauste durch die Luft auf ihn zu. Börslinke Arm wurde zurückgeschleudert und einen Moment lang hatte das verrückte Gefühl, dass er mit einem Schlag kampfumfähig gemacht worden war. Dann überwältigte ihn der Schmerz so scharf und plötzlich, dass die Welt um ihn herum hinter einem grauen Schleier verschwand. Er untersuchte seinen Arm mit einer stumpfsinnigen Art von Erstaunen. Ein halbes Dollar Pensy-Messer ragte wie ein verirrter Fremdkörper hervor. Die Ärmel seines J.C. Penny-Sport-Hemdes wurde rot. Er schaute eine kleine Ewigkeit darauf und versuchte zu verstehen, wie dieses Messer dahin geraten war. Ja, war das möglich? Als er aufsah, stand der Junge mit den roten Haaren fast über ihm. Er grinste selbstsicher. Hey, du Bastard, sagte Bird. Seine Stimme klang gebrochen, geschockt. Vertraue deine Seele Gott an, denn du wirst in wenigen Augenblicken vor seinem Thron stehen, sagte der Junge mit den roten Haaren und krallte sich in Birds Augen. Bird taumelte zurück, riss das Messer aus in die Kehle des Jungen hinein. Eine gigantische Blutfontäne schoss hervor, Bird wurde vollgespritzt. Der rothaarige Junge begann zu gurgeln und drehte sich im Kreis. Er umklammerte das Messer, versuchte es herauszuziehen, aber es gelang ihm nicht. Bird beobachtete ihn mit offenstehendem Mund. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Es war ein Traum. Der rothaarige Junge gurgelte und ging. Nun war dieses Geräusch das einzige an diesem heißen Frühnachmittag. Die anderen sahen benommen zu. So stand es nicht im Drehbuch, dachte Bird betäubt Wiki und ich. Wir standen im Drehbuch und der Junge ihn meist zu fliehen versucht hatte, aber nicht einer von ihnen. Er starrte sie wild an, wollte schreien, wie gefällt euch das? Der rothaarige Junge gab ein letztes gurgelndes Geräusch von sich und sank dann auf die Knie. Einen Moment lang starrte er Bird an und dann rutschten seine Hände von dem Messer griff ab und fiel nach vorn. Und leise Aufsaubsau ging uns die Kinder, die sich um den Thunderbird versammelt hatten. Sie starrten Bird an, Bird starrte fasziniert zurück und dann erst bemerkte er, Einer der Jungen hob ein blutriefendes Jagdmesser und machte eine Bewegung an der Kehle. Er grinste. Das war die einzige Antwort. Irgendwo weiter hinten sagte die leise Stimme eines älteren Jungen, schnappen wir in uns. Die Jungen bewegten sich auf ihn zu. Bird wich zurück. Sie begannen schneller zu gehen. Auch Bird steigerte sein Tempo. Das Gewehr, das verdammte Gewehr außer Reichweite ihre schwarzen Schatten malten sich auf der grünen Kirchenrasen ab und dann war er auf dem Bürgersteiger, drehte sich um und rannte. Tötete ihn, brüllte jemand und sie rannten hinter ihm her. Er lief, aber nicht ins Leere. Er umging die städtischen Gebäude. Hier war keine Hilfe zu erwarten. Sie würden ihn wie eine Ratte umstellen und rannte die Hauptstraße hinauf, die sich eröffnete und zwei Blocks weiter wieder zur Landstraße wurde. Und er und Vicky wären jetzt auf der Seine Sandalen klapperten auf dem Bürgerstein. Vor sich erkannte er ein paar Geschäfte, einschließlich der Gärtner in Eisdiele und natürlich das Kino. In der nächsten Kreuzung befand sich eine Tankstelle, die die Grenze der Stadt markierte. Und dahinter war der Mais, wucherte auf beiden Straßenseiten. Ein grünes Maismeer, Ebbe und Flut, Bördrannte. Bereits jetzt war er außer Atem und die Messerwunde in seinem Oberarm begann zu schmerzen. Er ließ seine Blutspur hinter sich. Er rannte, riss er ein Taschentuch hervor und drückte es in das Hemd hinein. Er rannte. Seine Sandalen dröhnten auf dem rissigen Beton des Bürgersteigs. Sein Atem rasselte. Und die Hitze machte ihm immer mehr zu schaffen. Sein Arm begann heftig zu pochen. Aber mit irgendeinem verbissenen Teil seines Verstandes fragte er sich, ob er den ganzen Weg bis zur nächsten Stadt laufen könnte, ob er die 20 Meilen durchhalten würde, er rannte. Hinter sich hörte er sie 15 Jahre jünger und schneller als er. Sie schrien aufgeregt und feuerten sich gegenseitig an. Sie schienen dabei mehr Spaß zu haben als bei einem Großbrand dachte Bert zusammenhanglos. Sie würden noch Jahre darüber sprechen. Bert rannte. Er rannte an der Tankstelle vorbei. Jeder Atemzug verursachte ein schmerzhaftes Brennen seiner Brust. Der Bürgersteig lief unter seinen Füßen aus. Es blieb nur noch eine Möglichkeit offen, nur eine Chance sie abzuschütteln, um mit dem Leben davon zu kommen. Hier standen keine Häuser mehr. Die Stadt lag hinter ihnen. Der Mais brandete in einer sanften grünen Welle, die bis in die Straßenecken reichte. Die grünen schwertähnlichen Blätter raschelten sanft. Dort, tief drinnen, würde es dunkel sein. Tief, dunkel und kühl, schattig in den Reihen des Mannes hohem Mais. Er rannte an dem Ortsschild vorbei. Sie verlassen jetzt Gatlin, die netteste Kleinststadt in Nebraska und in der übrigen Welt kommen sie jederzeit wieder. Das werde ich mit Sicherheit tun. dachte Mörd matt. Hinter dem Schild spurtete er wie ein kurzstrecken Läufer los, der das Zielband vor Augen hat und dann wich er plötzlich nach links aus, überquerte die Straße und schleuderte seine Sandalen weg. Dann war ein Mais und er hüllte ihn ein wie die grünen Wellen eines Meeres und nahm ihn auf, verbarg ihn. Eine plötzlich unerwartete Erleichterung ergriff von ihm besitzt und im selben Moment bekam er wieder Luft. Seine brennenden Lungen begannen sich zu beruhigen. Er rannte die Reihe entlang, in die er eingedrungen war, lief mit geducktem Kopf, sodass seine breiten Schultern die Halme berühr und sie zitternd ließen. Dann änderte er seine Richtung, lief 20 Jahrts parallel zur Straße entlang, behielt dabei sein Tempo bei, lief so geduckt wie möglich, damit sie seinen dunklen Kopf nicht sehen konnten, der die gelben Maiskolben streifte. Ein paar Sekunden lang hielt er auf die Straße zu, überquerte mehrere Reihen und wandte, dann der Straße wieder den Rücken zu, hüpfte, war los, von Reihe zu Reihe und kriegte dabei immer, immer tiefer, immer tiefer den Mais. Schließlich fiel er auf die Knie und drückte seinen Kopf auf den Boden. Er hörte nichts weiter als seinen eigenen, kochenden Atem und in seinem Inneren spielte sich unermüdlich in Gedanken, Gott sei Dank hab ich das Rauchen aufgegeben, Gott sei Dank hab ich das Rauchen aufgegeben, Gott sei Dank, dann hörte, ach Gott, dann konnte er sie hören, wie sie sich gegenseitig anfeuerten, wie sie sich manchmal in die Quere kamen, hey, das ist meine Reihe. Und er beruhigte sich. Sie waren ein ganz schönes Stück weiter links und es klang nicht so, als ob sie gut organisiert wären. Dann hat er das Taschentuch aus dem Hemd, faltete es und drückte es wieder hinein, nachdem er sich die Wunde angesehen hatte. Trotz der primitiven Behandlung war die Blutung zum Stillstand gekommen. Er ruhte sich noch einen Moment aus und plötzlich wurde er sich bewusst, wie gut er sich fühlte, so gut wie schon seit Jahren nicht mehr, mit Ausnahme des Pochens in seiner Brust. Er fühlte sich irgendwie befreit. Und mit plötzlicher Klarheit erkannte er, wie die letzten beiden Jahre seiner Ehe an ihm gezehrt hatten. Es war nicht richtig, dass er so dachte, sagte er sich selbst. Er fand sich in der gefährlichsten Situation seines Lebens und seine Frau war ihnen in die Hände gefallen. Vielleicht war sie ja jetzt schon tot. Er versuchte sich Wicke's Gesicht vorzustellen und versuchte, das seltsame, gute Gefühl zu unterdrücken, das er dabei empfand. Aber ihr Gesicht blieb verschwommen. Stattdessen sah er den rothaarigen Jungen vor, als er sich das Messer in seiner Kede umklammert hielt. Er wurde sich des Maisduftes um ihn herum bewusst. Der Wind, der über die Pflanzen spitzen strich, machte ein Geräusch, das dem entfernter Stimmen ähnlich war. Besänftigend. Was auch immer im Namen des Mais geschehen sein mochte, nun schützte er ihn. Aber sie kamen näher. Geduckt jagte er die Reihe entlang, in der er sich ausgeruht hatte, fliegt nach rechts aus, lief zurück und überquerte immer mehr Reihen. Er versuchte dabei, sich rechts von den Stimmen zu halten. Aber je weiter der Nachmittag voranschritt, umso schwieriger wurde es. Die Stimmen wurden schwächer. Und oft vermischten sie sich mit dem Rascheln des Mais, sodass er die Geräusche nicht mehr zu trennen vermochte. Er würde laufen, lauschen, weiterlaufen. Die Erde war ausgedörrt und seine bestrumpften Füße hinterließen fast keine Spuren. Als er endlich anhielt, hing die Sonne über den Feldern zu seiner Rechten, rot und entzündet. Und ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass es schon viertel nach sieben war. Die Sonne hatte die Mais-Spitzen in rötliches Gold getaucht, aber die Schatten waren hier bereits tief und dunkel. Er hob den Kopf und lauschte. Bei Beginn des Sonnenunterganges war der Wind vollkommen versiegt. Der Mais stand still. entfaltete sein Aroma des Wachstums in der warmen Luft. Wenn sie immer noch im Mais waren, dann waren sie entweder sehr weit entfernt oder sie hatten sich versteckt und lauschten ihrerseits. Aber Byrd konnte sich nicht vorstellen, dass ein Haufen Kinder, selbst ein solcher verrückter Haufen Kinder, sich so lange ruhig halten konnte. Er vermutete, dass sie sich genauso wie andere Kinder behalten würden, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Sie hatten aufgegeben und waren nach Hause gegangen. Er kehrte sich der Sonne zu, die zwischen den Wolken Balken am Horizont versank. Wenn er sich diagonal zu den Reihen bewegte und dabei immer die Sonne im Rücken ließ, musste er früher oder später auf die Bundesstraße 17 stoßen. Der Schmerz in seinem Arm war zu einem dumpfen Pochen abgeklungen, das er als fast angenehm empfand. Er beschloss dieses Gefühl, solange er hier war, zu genießen, ohne Schuld, ohne Schuld. Wenn er sich den Behörden stellte und berichtete, was in Gärteln geschehen war, dann würde ihn früh genug die Schuld einholen. Aber das konnte er beachten. Er drückte sich durch den Mais und dachte, dass er sich noch nie zuvor so verwegen empfunden hatte. 15 Minuten später war die Sonne nur noch eine Halbkugel am Horizont und er hielt wieder ein. Sein neuerwachtes Bewusstsein fand ein Muster, das er nicht mochte. Er empfand irgendwie Angst. Er hob den Kopf, der Mais raschelte. Bert hatte es schon die ganze Zeit über bemerkt, aber er hatte ihm keine Beachtung geschenkt. Es war windstill. Was konnte es sein? Er saß sich unsicher um, erwartete halbwegs, erwartete fast, als die lächelnden Jungen in ihren Priestergewändern aus dem Mais gekrochen Kramen, ihre Messer entschlossen in der Hand. Aber nichts dergleichen. Immer noch raschelte es zu seiner Linken. Er ging jetzt in diese Richtung. Musste sich nicht mehr durch den Mais zwängen. Die Reihe führte ihn ganz natürlich in die Richtung, wie er gehen wollte. Und dann endete die Reihe vor ihm. Endete? Nein, nein. Lief irgendwie aus. Das Rascheln kam von dort. Von einer Art Maislichtung. Der Geruch des Mais war so stark, dass er unangenehm zu werden begann. In den Reihen hatte er sich Tagessitze gespeichert und es wurde ihm plötzlich bewusst, dass er mit einer Mischung aus Schweißspreu und dünnen Getreidehalmen übersät war. An sich hätte er in ihnen Insekten überfallen sollen, aber es waren keine da. Er stand still da, starrte auf die Stelle, in der sich der Mais zu einem großen Kreis öffnete, auf dem überhaupt nichts zu wachsen schien. Es gab keine Mücken oder Moskitos, weder Stechfliegen noch Milben, diese Art von Insekten, die Vicky in ihrer Verlobungszeit Eindringlinge genannt hatte, dachte er mit einer plötzlich unerwartet traurigen Nostalgie. Und er sah keine einzige Krähe. Verdammt, was war das für ein salzamer Ort, ein Maisfeld ohne Krähen? Im verblassenen Tageslicht überflogen die Maisreihen zu seiner linken und sah, dass jede Reihe, jeder Kolben perfekt ausgerichtet war, was einfach nicht möglich war. Kein Schädlingsbefall, keine abgerissenen Blätter, keine Raupenspur, keine Erdlöcher, keine seine Augen weiteten sich. Mein Gott, da war ja überhaupt kein Unkraut, nicht ein einziges, in einem Abstand von einem halben Fuß, wuchs der Mais senkrecht aus dem Boden. Es war weder Brennnessel noch Löwenzahn, Schafgarbe, Kamille oder Klatschmohn. Nichts. Börb starrte nach oben, die Augen aufgerissen. Das Licht im Westen ließ nach. Die Wolkenbanken waren weitergezogen. Unter ihnen verblasste das goldene Licht in rosa und ockerfarbenen Tönen. Es würde bald dunkel sein und es war an der Zeit, in die Lichtung einzudringen und sich dem zu stellen, was er dort vorfinden würde. War das von Anfang an so geplant gewesen? All die Zeit, in der er geglaubt hatte, sich auf die Schnellstraße zu bewegen, war er da, zu diesem Platz geführt worden. Mit verkrampftem Magen bewegte er sich die Reihe hinunter und stand am Ende der Lichtung. Es war noch hell genug, dass er erkennen konnte, was sich dort befand. Er konnte nicht schreien. Es schien nicht mehr genug Luft in ihm zu sein. Er torkelte auf Beinen vorwärts wie auf Leisten splittrigen Holzes. Seine Augen quollen ihm fast aus dem verschwitzten Gesicht. Vicky, flüsterte er, oh Vicky, mein Gott. Sie war wie ein heidnisches Opfer auf einer Querlatte aufgeschnallt worden. Die Arme wurden an den Handgelenken gehalten und ihre Beine waren an den Knöcheln mit normalem Stacheldraht festgezurrt worden, den man für 70 Cent in jedem Eiswarengeschäft in Nebraska kaufen konnte. Man hatte ihr die Augen ausgerissen. In die leeren Augenhöhlen war Spreu gestopft worden. Ihr Kiefer war wie zu einem stummen Schrei geöffnet. Ihr Mund war mit Maiskolben vollgestopft. Zu ihrer Linken befand sich ein Skelett in einem vermoderten Chorhemd. Die nackten Unterkieferknochen grinsten. Die Augenhöhlen schien in Böhrt schalkhaft zuzuswinkern, als ob der ehemalige Pfarrer der Baptisten-Gnadenkirche sagen wollte, es ist gar nicht so schlimm, von heidnischen Teufelskindern dem Mais geopfert zu werden, von heidnischen Teufelskindern dem Mais geopfert zu werden, die Augen aus dem Schädel herausgerissen zu bekommen. Ganz wie es das Gesetz von Moses befiehlt, ist gar nicht so schlimm, links von einem Skelett in dem Chorhemd befand sich ein weiteres Skelett, das in eine verrottete blaue Uniform gekleidet war. Eine Mütze hing über dem Schädel und verbargte die Augen. Mühsam konnte Böhrt die Worte auf dem grünlichen Band der Mütze entziffern. Polizeichef. Und dann hörte Böhrt, wie es kam. Nicht die Kinder, aber etwas viel Größeres, das sich durch den Mais bewegte und auf die Lichtung zuhielt. Nicht die Kinder, nein. Die Kinder würden sich nicht in den Mais wagen. Nicht in der Nacht. Diesher war der heilige Ort, der Ort von ihm, der hinter den Rhein wandelte. Mit einem Satz wandte sich Böhrt zur Flucht. Die Reihe, die ihn zur Lichtung geführt hatte, war verschwunden. Sie hatte sich geschlossen. Alle Rhein hatten sich geschossen. Es kam näher. Und er konnte hören, wie der Mais zur Seite gedrückt wurde. Er hörte seinen eigenen stoßartigen Atem. Ein Schauer, der Schauer eines abergläubischen Grauens ergriff ihn. Der Mais auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung verdunkelte sich plötzlich, als ob er von einem gigantischen Schatten ausgelöscht worden wäre. Er kam, er, der hinter den Rhein wandelt. Er war jetzt in der Lichtung. Böhrt sah etwas Riesiges, das den Himmel übernahm. Etwas Grünes, mit schrecklich roten Augen in der Größe von Fußbällen. Etwas, das den Geruch von Maiskolben verströmte, die jahrelang in einer dunklen Scheune getrocknet worden waren. Er begann zu schreien, aber er schrie nicht sehr lange. Etwas später ging der Mond wie eine aufgeblähte Orange auf. Die Kinder des Mais standen am Mittag auf der Lichtung, sahen auch die beiden gekreuzigten Skelette und die beiden Körper. Die beiden Körper, die noch keine Skelette waren, aber es bald sein würden, im Laufe der Zeit. Und hier im Kernland von Mendeboska und inmitten des Korns hatten sie genug Zeit. Siehe, ein Traum kam zu mir des Nachts. Und der Herr zeigte mir all dies. Sie alle drehten sich um sogar Malakios und sahen Isaac mit Scheu und Erstaunen ein. Isaac war erst neun. Aber seit David vor einem Jahr vom Mais genommen worden war, war er der Seher der Gruppe. David war damals 19 geworden. Und er war an seinen Geburtstag in den Mais gegangen, gerade im Sommer, als der Dunst zu den Reihen hinabgestiegen war. Isaacs schmales Gesicht wirkte unter dem runden Hut ernst und feierlich, als er fortfuhr. Und in meinem Traum war der Herr ein Schatten, der hinter den Reihen wandelte und er sprach zu mir in den Worten, die er vor Jahren unseren älteren Brüdern gesagt hatte. Er hat großes Missfallen an dem Opfer gefunden. Ein Aufstöhnen ging durch die Gruppe. Und der Herr sprach, habe ich euch nicht einen Platz zum Töten gegeben, damit ihr da selbst opfern könnt? Und da habe ich euch nicht meine Gunst erwiesen? Aber dieser Mann machte sich der Sünde der Blasphemie schuldig. Und ich selbst habe das Opfer vollendet. Wie beim blauen Mann und dem falschen Priester, der vor vielen Jahren entkam. Der blaue Mann, der falsche Priester, flüstelten sie und warfen sich unsichere Blicke zu. So, nun wird das Alter der Gunst von 19 Feldbestellungen und Ernten auf 18 erniedrigt, fuhr Isaac unerbietlich fort. Doch seid fruchtbar und mehret euch, wie sich der Mais mehret, dass ich meine Gunst euch aufs Neue erweisen möge und über euch komme. Isaac verstummte sich, drehten sich langsam zu Malakias und Josef um, die einzigen unter ihnen, die schon 18 waren. Die anderen waren in der Stadt geblieben, insgesamt 20 an der Zahl. Sie warteten auf das, was Malakias sagen würde. Malakias, der die Jagd nach Jabez geleitet hatte, der von nun an Achaz genannt wurde, der von Gott verfluchte. Malakias hatte Achaz die Kehle durchgeschnitten und seinen Körper aus dem Mais auf die Straße geschmissen, sodass der faule Körper den Mais nicht entweite. Ich gehorche dem Wort Gottes, flüsterte Malakias. Der Mais schien mit einem Seufzer sein Einverständnis zu geben. In den kommenden Wochen würden die Mädchen viel damit zu tun haben, aus den Maiskolben Kreuze zu flechten, die weiteres Unheil abwehren sollten. Und in dieser Nacht gingen all diejenigen, die das Alter der Gunst überschritten hatten, ruhig in den Mais, gingen zur Lichtung, um die Gunst desjenigen zu gewinnen, der hinter den Reihen wandelt. Auf Wiedersehen, Malakias, rief Ruth. Sie winkte untröstlich. Ihr Leib war groß mit Malakias' Kindes und Tränen liefen ihr still über die Wangen. Malakias drehte sich nicht um. Er hielt sich aufrecht. Der Mais verschluckte ihn. Ruth drehte sich ab und weinte noch immer. Sie hatte einen heimlichen Hass empfangen. Einen Hass auf den Mais. Und manchmal träumte sie davon, mit Fackeln in den Händen an einem trockenen Septembertag wiederzukommen, wenn die Halme tot und explosiv entzündbar waren. Aber sie fürchtete sich auch davor. Hier draußen ging etwas in der Nacht und sah alles, selbst die geheimsten Gedanken, die in menschlichen Herzen verschlossen waren. Der Abenddunst ging über in Nacht. Der Mais um Gatlin raschelte und flüsterte geheimnisvoll. Er war sehr zufrieden. Er war sehr zufrieden.